Ein riesiges Servus geht raus an alle krypto-begeisterten Menschen da draußen und vor allem an diejenigen, die sich für Cardano interessieren. Einige von euch werden an dieser Stelle mit Sicherheit einwerfen, dass man Alonso schon kennt, das Upgrade, und dass man sich damit schon auseinandergesetzt hat. Ich werde mich in diesem Video aber eher darauf beziehen, was das IOHK jetzt dazu geschrieben hat. Also alle diese Schlagzeilen haben eins gemeinsam. Mit den Schlagzeilen meine ich Investing, jetzt hier zum Beispiel A&B Crypto oder YouToday. Alle haben eins gemeinsam und zwar beziehen die sich auf einen Blogbeitrag vom IOHK. Diesen Blogbeitrag, den schauen wir uns jetzt im Hintergrund einfach mal kurz an. Wir gucken, was jetzt das IOHK jetzt am 8. April jetzt noch genau zu sagen hatte. Das Ganze soll jetzt hier sechs Minuten lang zu lesen sein. Wer möchte, kann sich das natürlich selber nochmal durchlesen, aber ich hangel mich da so ein bisschen dran lange. Nachdem wir das getan haben, springen wir dann zu Cardano zurück zum Kurs und machen so einen kleinen Recap zu dem Kursverlauf. Und ich versuche hier nochmal so ein bisschen zu erklären, warum jetzt Cardano sich gerade auch in einer wichtigen Phase befindet. Vorher nochmal ein fettes Danke an alle diejenigen, die jetzt in der Telegram-Gruppe schon fleißig am Diskutieren sind. Ich kann auch nicht den ganzen Tag am Handy hängen, das ist ganz klar, aber ich habe auch kein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich mein Handy einfach weglege, weil ich merke, dass ihr euch teilweise in der Gruppe einfach selber helft. Und das ist ein gutes Gefühl, ich kenne das, das ist alles immer so ein bisschen fraglich gesehen. Aber ich habe eine Gruppe erstellt und einen Kanal. Auf dem Kanal poste nur ich Dinge, also zum Beispiel Trading-Setups oder kurze Gedanken von mir. Genauso wie ich jetzt alle 24 Stunden alle oder so eine Zusammenfassung von allen News hochladen werde. Neben dem Kanal dann die eigene Gruppe, wo ihr dann diskutieren könnt und ein bisschen über die ganze Kryptowelt so ein bisschen schwafeln könnt. Ist eine feine Sache, aber wir kümmern uns jetzt um Cardano. Die Überschrift hier lautet Intelligente Verträge, wir kommen. Das Ganze ist jetzt hier mit dem Google-Übersetzer übersetzt worden. Deswegen wundert euch nicht, wenn hier so ein paar Dreher sind. Zuvor wird erstmal von den eigentlichen Funktionen jetzt von Cardano gesprochen. Darauf gehe ich jetzt hier nicht ein. Das ist die Passage, die uns jetzt hier als nächstes interessiert. Alonso, unser nächstes Upgrade, wird auf diese Funktion aufbauen. Alonso wird mithilfe einer Hardfork implementiert, wissen wir natürlich alles und wird in etwa vier Monaten Unterstützung für intelligente Verträge oder digitale Vereinbarungen bieten. Alonso soll Unternehmen und Entwicklern dann die Möglichkeit bieten, intelligente Verträge, also jetzt hier Smart Contracts, sowie die Apps zu erstellen. So, dann gibt es hier noch eine kurze Geschichte zu der Benennung, wie das dazu kam, wie was genannt wird in den ganzen Phasen von Cardano. Und dann geht man hier in dem Blogbeitrag auf die Frage ein, warum intelligente Verträge. Das IOHK geht hier erstmal darauf ein, dass eine Blockchain gewährleisten muss, dass zwischen Einzelpersonen das Geld und Produkte auf sichere Weise verlagert werden können. Dabei soll dann Cardano als weltweit verteiltes Hauptbuch fungieren. Mit intelligenten Verträgen können komplexe Geschäfte abgewickelt werden, Gelder hinterlegt und der Geldtransport unter vordefinierten Bedingungen sichergestellt werden. Mit diesem neuen Upgrade können dann die Apps mit dem Hauptbuch interagieren, um ihre Aktivitäten aufzuzeichnen und intelligente Verträge auszuführen. Die Smart Contracts drücken die Geschichte einer Transaktion aus, legen fest, wohin die Gelder fließen sollen und unter welchen Bedingungen sie gesendet werden. Sie führen diese Transaktionen dann aber auch nur aus, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. So, und Alonso soll jetzt einen Grundstein für Cardano legen, genau solche Anwendungen zu unterstützen. Das IOHK spricht dann bei dem Upgrade von Alonso auch von Funktionen wie zum Beispiel Crowdfunding oder Auktionen. Ich muss hier noch einmal kurz WeChain einbringen. Ich habe darüber mal in einem WeChain-Upgrade gesprochen oder in einem News-Beitrag. Cardano möchte jetzt auch mit Alonso die Track & Trace-Funktion einbringen. Das wäre jetzt eine Funktion, wie jetzt nicht nur WeChain es mittlerweile nutzt, sondern auch Ethereum in Verbindung mit Amazon. Es ist die Funktion, die Produktherkunft innerhalb einer Lieferkette aufzuzeigen. Einem Juwelier ist das beispielsweise dann möglich, auf Cardano selbst ein System aufzubauen, um dann einzelnen Edelsteinen, die aus der Mine raustransportiert werden, schon eine Identität zu geben und diese digitale Identität dann im Verlauf der ganzen geschäftlichen Prozesse dann immer weiter zu beobachten. Zu Plutus jetzt hier müsste man nochmal ein eigenes Video machen. Das ist nämlich nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber mit Alonso sollen jetzt erforderliche Tools dieser Plattform, der Plutus-Plattform, an die Hand gegeben werden, um dort dann der Anwendungsentwicklung so ein bisschen Hilfe zu leisten. Ja, hier wird nochmal darauf eingegangen, dass das natürlich alles ein komplexer Prozess ist. Hier ist nämlich die Überschrift, wo sind wir gerade, wo befinden wir uns, zwischen April und Mai natürlich, irgendwo hier in diesem Bereich. Hier können wir also diese Marke erkennen, ab welchem Zeitpunkt wir dann mit diesem Upgrade rechnen können. Wenn diese Integration jetzt hier abgeschlossen ist, dann sollen weitere Funktionen zur Cardano-Kette hinzugefügt werden. Von Mitte April bis Anfang Mai wird das Team weiter an der Entwicklung von Plutus arbeiten, um ein privates Testnetz zu starten. In dieser Phase testen unsere Partner die Plattform und erstellen und implementieren nicht fungible Token, also NFTs, Marktplätze oder DApps. Auf diesen Plattformen sollen dann intelligente Verträge für Cardano ausgeführt werden. Wenn wir uns jetzt hier die ganze Textpassage anschauen, genauso wie jetzt auch dieses Schaubild, dann können wir erkennen, dass zum Cardano-Netzwerk hier noch einige Funktionen hinzukommen. Diese Funktionen oder auch Plattformen, die ziehen natürlich auch wieder neue Kunden an, was dann natürlich auch wieder bedeuten könnte, dass Cardano oder der Coinada dann natürlich auch öfter benutzt wird. Wenn wir jetzt dann davon ausgehen sollten, dass der Cardano-Coin auch öfter benutzt werden wird, dann nehmen wir auch an, dass ein höheres Volumen an den Märkten gehandelt wird, was uns jetzt erstmal natürlich irgendwie unter die Arme greift, wenn wir wollen, dass Cardano steigt. Schaut euch diesen Blog-Beitrag hier gerne mal an. Ich packe ihn euch unten in die Videobeschreibung. Ansonsten switchen wir jetzt zurück zum Kursverlauf. Freunde, ein kurzes Recap zu der Kursanalyse, die ich euch mal hochgeladen habe hier auch zu sehen. Da haben wir am 25.03. von dieser Chart-Formation hier gesprochen, auch noch von anderen Chart-Formationen, die so ein bisschen weiter seitlicher Natur sind. Wir gucken uns das Ganze, wenn wir jetzt diese Formation hier uns nochmal anschauen, so gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal aktuell an. So sieht es nämlich aus. Der Kurs ist hier nochmal runtergekommen, hat hier Unterstützung gefunden, genauso wie an dieser Stelle hier. Also grehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir hier an dieser Trendlinie in irgendeiner Form Reaktionen sehen. Reaktionen sind grundsätzlich gut und diese müsste man dann interpretieren, was jetzt hier passieren mag. Ich werde jetzt hier nicht nochmal auf eine riesige Kursanalyse eingehen, denn die Prognose oder die Kursanalyse, die habe ich euch ja schon hochgeladen und diese Bewegungen bewegen sich immer noch in dieser Kursanalyse selbst. Deswegen bleibt meine auch noch intakt. Ich möchte nur auf diese zwei Möglichkeiten eingehen, die ich jetzt euch schon einmal benannt habe in dem Video. Und zwar, ich markiere das jetzt nochmal hier in Rot oder machen wir mal Blau draus. Genauso wie hier oben auch. Ich gehe davon aus, dass diese Heiß hier oben ein großer Bestandteil sind von der Formation. Egal, ob wir jetzt die etwas seitlicher verlaufende Formation sehen oder die Stauchung jetzt hier mit dieser Trendlinie. In beiden Varianten ist dieses High hier ganz wichtig. Deswegen für mich, wenn der Preis hier durchbrechen sollte und genauso wie jetzt bei Ripple auch letztens zu sehen, hier der Retest in irgendeiner Form gezeigt werden sollte, dann wäre ich gewollt, hier meine Kauforder zu platzieren. Das High kann natürlich unterschiedlicher Natur sein, ob das jetzt hier weiter oben liegt oder weiter unten. Das ist egal, Hauptsache der Retest hier kommt und wir sehen dann hier Käufer. Dann bin ich gewollt mitzukommen, weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir hier nochmal ordentliche Pushs sehen werden. In Panik würde ich jetzt hier nicht verfallen, wenn der Kurs sagt, okay, diese Trendlinie, die ist jetzt hier lange genug akzeptiert worden. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich hier durchbreche. Dann hätte ich zum einen hier in diesem Bereich grün, also um die 1,13 erstmal eine Unterstützung hier auch zuletzt zu sehen. Dann würde ich gucken, ob der Coin nicht vielleicht dann sagt, oh, ich springe hier wieder rein. Das wäre natürlich eine feine Sache. Genauso wie, wenn der Coin jetzt hier runterfallen sollte, dann wäre ich möglicherweise auch gewollt dazu zu sagen, wir fallen so ein bisschen in so eine seitliche Phase und dann der Bruch hier hoch. Die etwas tolerantere Variante wäre natürlich, hier in diesen Bereich jetzt einzusteigen, da wo der Preis sich jetzt befindet, diese Trendlinie mit zu surfen, sage ich mal. Also, dass der Kurs sich hier immer weiter hochstaucht in diesem Bereich, vielleicht dann ein kurzer Push hoch. Das wäre natürlich die etwas tolerantere Variante, noch toleranter natürlich hier der Einstieg in dieser Zone, wenn der Preis hier runterfallen sollte. Aber ich würde sagen, alles in diesem Bereich hier ist vollkommen in Ordnung, solange der Preis nicht Folgendes macht. Das ist das, was ich nicht sehen möchte. Da wäre ich auch gewollt dazu, wenn ich hier mit Gewinn drin sitze, auch Teilgewinne mitzunehmen. Also, das wäre das, was ich jetzt hier nicht sehen wollen würde, dass der Preis hier runterspringt, vielleicht sogar hier nach ganz unten, also einen ordentlichen Push nach unten macht, unter diese drei Zonen, die ich jetzt hier für euch eingezeichnet habe, hier Widerstand findet und sich unter dieses dann entstehende Low bewegt. Dann könnte ich mir vorstellen, könnte es nochmal eine Etage runtergehen, dass wir hier so ein bisschen retracen, weil Cardano schon ordentlich eine Bewegung gemacht hat. Wir bewegen uns gerade in so eine Art Übergang, in so eine seitliche Phase. Und da ist jetzt die Frage, ob diese seitliche Phase dann in die fallende Phase übergeht und wir dann vielleicht hier irgendwo wieder dann einsteigen können, um dann wieder hoch zu gehen. Oder ob wir sagen, diese Aufwärtsbewegung ist noch nicht abgeschlossen, jetzt nur in Verbindung mit diesem Upgrade und hier geht es dann weiter. Das sind also meine Gedanken jetzt gerade so. Was möchte ich sehen? Was erwarte ich? Und vor allem, was möchte ich nicht sehen? Also grundsätzlich der Bruch hier dieser seitlichen Bewegung wäre jetzt hier für mich ein Zeichen für erstmal nochmal leicht fallende Kurse. Ja Freunde, das war ein kurzes Update zu Cardano. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen, euch bei eurer Chartanalyse unterstützen, solltest du der Telegram-Gruppe noch nicht beigetreten sein. Ich packe die Links unten in die Videobeschreibung und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort oder im nächsten Video. Macht's gut und bis bald.